Hallo Leute, weiter geht's bei Metroid Other M. Wir sind immer auf der Suche nach dieser komischen... Wow, was bist du denn? Nach dieser komischen, komischen Kreatur? Adam hat uns geschickt, diese Kreatur zu vernichten. Das wollen wir dann natürlich auch tun. Aber zuerst mal werden wir von komischen Robotern angegriffen. Die können aber mittlerweile gar nichts mehr. Unser Beam ist ultra stark geworden. Zu Beginn des Projektes hatten wir noch Probleme mit diesen Viechern. Aber jetzt... Wir können sonst gar nichts mehr. Äh, was jetzt? Äh, was jetzt? Das Problem ist, ich seh nix. Ist jetzt hier wieder hochkommen? Ne, ernsthaft? Ich seh einfach nicht, wie es hier aussieht. Da könnte ich mich festhalten. Habe ich was übersehen? Nein, 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 habe ich nicht. Ich habe es verstanden. Genau das muss ich tun. Nochmal, Samus, bitte. Dann springen wir einfach da hoch. Ist ja kein Problem für dich. Und stopp. Und... Was? Das war nix, Samus. Ja, versuch uns gleich nochmal, ja? Los geht's. Und... Bam! Bam! Yeah! Bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber es macht gar nichts, Samus. Aber hier geht's doch bereits weiter. Aha! Wow, wir sind weit über dieser Raffinerie. Merke ich gerade. Es sieht echt... Alter, 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 Alter stellen und speichern ich überlege gerade was jetzt kommen könnte wisst ihr was das problem ist ich glaube ich weiß es ist etwas was mir nicht gefallen will erst mal blöde wie ich ja solche roboter die wir ans leder wollen die von samus ganz genau analysieren mit ihnen datenerkennungsgeräten nie finde ich nicht so cool samus wird nicht von euch analysiert ja und den wortwitz was ihn verstanden habt er war beabsichtigt wenn ich dann dann gratuliere ihr seid nicht so versaut wie gewisse andere leute wie ich zum beispiel so wie sieht es denn jetzt hier aus da können wir einfach so weiter und hier reingehen schick verdammt noch mal schon hier dieses verdammte mistvieh war da musst du nicht endlich mal verrecken verdammt wie oft habe ich schon bekämpft jetzt zum dritten mal vierten mal ja das war ein treffer steht weg da weg da samus aber wir haben einen ultra starken wie weißt du das weißt du das vermutlich nicht und weg da für den fall dass er irgendetwas geplant hätte wenn ich dann doch noch in deck gesprungen jetzt weißt du aber gut aus muss ich sagen jetzt weiß ich aber dann gut aus muss ich sagen sollten der scheiß ok meinetwegen meinetwegen ich dritte ich auch so jetzt das war nix ja und ich vom himmel habe jetzt gerade auch viel damit gemacht kann das sein diese paar raketen hier ich hab doch mal shit dann wieder nichts mehr tun das war dann noch mal viel aus kann das sein ich habe immer angst auf die raketen zu wechseln shit genau deswegen schießt es reicht nicht es reicht nicht um auf die raketen zu wechseln komm runter da was macht es da was macht es da ich weiß nicht so recht es ist schon mehrfach abgehauen ich weiß nicht ob es das jetzt war ich habe das gefühl nicht aber wir fahren wieder nach unten verstehe dieses mist ist jetzt endlich mal geschichte ich hoffe doch ich hoffe es sehr langsam geht es mir ziemlich ziemlich auf die nerven bin ich denn jetzt bin ich denn jetzt noch mal so ein typ wie am anfang war ich wollte schon auf meine raketen setzen die ich mal aufladen könnte aber das wie ging extrem schnell kaputt unser beam ist verdammt stark geworden wenn ich herunter was ist das hat als in gang geheimnis vielleicht was war es zum nicht übertreiben dräunchen nicht übertreiben ja bist du denn bescheuert wirst du mich gar nicht betatschen durch den anzug durch scheiße bist du du lebst auch noch warum lebst du auch noch jetzt bist du tot hier gibt es ein geheimnis aber wo ich komme offensichtlich von irgendwo da jeder jeder muss ich hin hat das geheimnis ist da oben irgendwo wie soll ich da hochkommen wie soll ich jetzt da hochkommen das noch hat das noch viel mehr verstehe 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 das doch der falsche weg hier dachte jetzt war entweder ein geheimnis oder gleich der richtige weg aber irgendwie bringt es mir nicht viel im moment alles hoch da so danke wofür weiß dieser weg gut bitteschön ich komme jetzt hier weiter ja und was zum was war scheiße da muss hier rüber genau jetzt hier irgendwo müsste eigentlich karte bitte hier irgendwo müssen geheimnis sein jetzt stehe ich jetzt gerade nicht kann ich auch nicht rüber springen da muss bitte was ich erreicht das ding nicht mehr wieso erreicht das ding jetzt nicht mehr ich komme nicht mehr zurück verdammt das jetzt kacke der ansatz war vermutlich richtig aber wieder was verpasst war bestimmt das wichtig ist wie ein energietank teil oder so naja kann man nichts machen wo ja runter ach so wollte schon sagen wohin jetzt runter dass er muss dann sind wir hier weiß wo wir jetzt sind ich weiß nicht wo ich jetzt lang soll ehrlich gesagt soll jetzt zurückgehen oder da auf der rechten seite durch die tür durch ich gehe mal hier entlang einfach weil ich da auf der karte sehe die tür ist zu es wird mir einiges einfacher machen wenn ich hier nicht durch kann kann ich scheinbar nicht aber es gibt irgendwo an der wand noch irgendwie was zu holen scheinbar nicht gut dann rennen wir durch dann wissen wir ja wo wir lang müssen vorläufig ja ich habe noch extrem viele dinge im kopf noch geheimnisse sein könnten beziehungsweise sind wo ich jetzt einfach noch mal zurück gehen müsste aber ich weiß nicht ob ich da jetzt überhaupt bereits zurück kann als erster supermissal danke für gar nichts ja ich weiß nicht ob ich jetzt aber als zurück schickt weiß die ob jetzt aber zurück kann oder ob ich das später machen muss oder ob ich so oder so noch mal an diese stellen hinkomme was weiß ich jetzt halt nicht aber wieder ein item gewesen vermutlich wüsste ich dafür wieder die supermissals haben und durch diese tür durchgehen nervt nicht um ihr scheiß fischer so sagt da geht mit aufgeladen und weiter halt da ist auch was das auch irgendwo was moment mal moment mal da ist auch irgendwo was hier muss es einen gang geben irgendwo aber ich sehe hier gerade gar nichts leck mich zwei items da oben ist nur eine tür das kann ich mir jetzt beinahe nicht vorstellen aber es scheint wirklich so scheiße ich verpasse so viel kacke ich wüsste nicht wohl hier du weißt könnte wie gesagt vielleicht das ball oder so auch wenn ich das spiel bereits durch haben werde wenn ihr dieses projekt zu sehen kriegt wenn ich trotzdem dankbar für alle möglichen tipps ja ich kann sie denn wie gesagt nicht mehr wirklich ich kann die kräfte so nicht ich kann die dann nicht mehr wirklich wahrnehmen in diesem durchgang ich hoffe das ist klar wick dich jetzt bin ich wieder hier unten verstehe da war ich schon mal dann habe ich schaden so erreicht noch irgendwie was da oben ja denn hier shit weg da da muss das hier ist irgendwie verpackt aber ich glaube jetzt ist kaputt da lieber könnte ich auch ich könnte darüber da leuchtet nämlich was ist ja was leute ich versuche ich versuche mir den weg durch die labe durch zu fahren irgendwie steht das war eine scheiße idee es bringt mir nix ich komme da gar nicht weiter aber es zeigt mich zeigt mir an da drüben ist was noch mal verdammte viecher jetzt ich muss doch da ich muss doch da irgendwie hoch hallo ich muss mich doch da festhalten ansonsten klappt es doch gar nicht der ähnliches drecksvieh so da muss festhalten wir manchmal auch nicht ganz ehrlich sagen so dann hier rein aber da waren wir doch schon mal oder nicht kann sein aber der weg stimmt laut der kennzeichnung von erden okay erden ich vertraue dir einfach mal weiterhin jetzt bin ich wieder hier wow du nein irgendwas blinkt hier karte bitte weit vor uns ist ein geheimnis jetzt müssen wir hier auch nicht mehr wirklich angst haben vor diesem feuer fisch weil den haben wir definitiv erledigt so nach dieser komischen die ich gerne töten weil man weiß ja nie wo ich jetzt mein geheimnis wo ich jetzt mein geheimnis noch ein bisschen weiter nach vorne ja okay du hier was willst du eigentlich ich glaube du kannst nicht allzu viel kann das sein möchte ich trotzdem erledigen danke und sterben danke für ihre kooperation und hier hoch samos danke hier irgendwo müssen wohl ein geheimnis sein ist da was hier ja 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 was jetzt dank bauter warum ein tankbauteil mir wäre es viel lieber wenn ich noch einen energietank kriegen würde kann ich jetzt da ist so kann ich jetzt ich dachte jetzt ich könnte darüber aber ich bin zu weit weg für dieses ding da muss ich hier hoch vielleicht dann müsste es eigentlich ausreichen hoch da ja jetzt wird es den grünen perfekt und rüber da perfekt das ganze gleich nochmal wo lang da lang sagt da komme ich gerade lang da muss bitte das richtige ding anwählen und zwar das darf und und darüber was war ein weiter sprung dann hier rüber einmal und zweimal und dreimal direkt hätte auch gepasst aber nichts riskieren so ist bestimmt noch mehr geheimnisse irgendwie doch da wäre noch eins aber wie komme ich dahin erfahren wir vielleicht noch vielleicht man weiß es nicht genau wo bin ich denn hier tief im fels drin ein bisschen laba ein bisschen laba nicht ohne grund hier steht noch so ein mistvieh das offenbar keinen bock hat zum kämpfen aber ihr hier ihr habt scheinbar großen bock wow 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 shit freundchen was ist mit euch kaputt oh du bist tot du bist auch gleich tot bam bam warum stirbst du nicht ah oh das ist dumm oh der eine ist kaputt wenn der andere jetzt auch noch kaputt gehen würde anstatt mir solche scheiße an den bären zu knallen werde ich ihm auch sehr dankbar also leck mich schicken raketen kann ich ihn nicht verletzen jetzt ist er tut meine güte noch einer ja klar ja ich kann bestimmt mit raketen arbeiten wenn er eingereist ist aber das dauert mir zu lange wobei bei dem hier würde ich gerne mal testen bam ja viel bringen tut es nicht bam und tot bist du hör auf zu brennen ich werde gerne da durchgehen danke nur wenn es hier keine umstände macht ja so und erneut ein speicher und heilungsraum gut aber ist ziemlich passend denn ich würde sagen das war es erstmal für metroid also ich musste grad studieren welches spiel wir spielen egal auf jeden fall war es das für heute hoffentlich bis zum nächsten mal leute macht's gut tschüss seiten ist complete process successful process successful so so